Ah, ich habe eine Warnung, weil ich im Ausgerufen bin. Nein, er dreht sich direkt vor mich! Wie kannst du das machen, Mann? Junge, er dreht sich direkt auf die Ideallinie rauf. Fuck, Digger. Ja, ich weiß noch nicht, warum der da innen irgendwie reinstechen wollte. Fuck, ich verstehe es nicht.